Hey, Manu! Was ist das? Willst du dich unterlaufen? Ja? Wie viel Geld? Meine 500 Euro. 500 Euro? Die letzten Tage sind bei mir 500 Euro weggekommen. Du bist beschuldigt! Du bist beschuldigt, mein Freund! Ja, warum? Gib mir das Geld wieder, Mann! Willst du mich verarschen hier, oder was? Ich sag dir eins, ich geb dir nur zwei verdammte Tage! Ich weiß, wo ich dich finde, Alter! Zwei Tage und dann krieg ich meine 500 Euro! Hast du mich verstanden, Mann? Ja, das sehen wir noch, mein Freund! Pass auf dich auf, Junge!